Wilhelm Miene unter Moritz Phillips, Ratsunfahrverein in Scherbeck. Ich muss mal gucken, vielleicht wollen wir jetzt noch mal rum, was machen wir es auch. Das war hier natürlich eine Verhängung. Hier haben wir die Kostine. 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 liegdessen hier von 5! Ja, die gibt es einfach schon. Wir haben eine Kostine in Frankfurt. Hier haben wir die Kostine in Frankfurt.